Oh, darf ich begrüßen? Amadino, saluti! Hallo Meister, hier im Fernsehen kommt immer dasselbe Duo, so eine Scheiße. Ja, ich komm ja bald nach Hause. Aber hör mal, ich bin gerade mit zwei Künstlern hier im Studio. Wie gefällt dir der Song? Hör mal. Das ist die Power der Liebe. Lieblingsschlager. Hier wirst du gesehen und gehört.